Wir bereich sichern jetzt auf Kanal. Stimmt das? Nein? Und Daumen zu all oder seits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Untertitelung des ZDF, 2020 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 gardens of ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Teraz ist grob Pam Die Gegner konnte ich mir hinterher nicht rechnen. Au! Ey! Du hast einen Kopfschuss frei, aber nicht hier mich mit Granaten bewerfen, hallo? Geht alles. Der Bio-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Hm, hier, Küche unten. Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Keine Gabschwelle. Wir kennen ja schon alle. Nee. Kennst du dich denn? Er hat besser, als wir lieb es. Nämlich gar nicht. Hallo? In White bist du Clash, das hast du herausgefunden. Nein. Fünf Sekunden. Kopfschuss. Mit der kann ich mich eher empfunden, als mit der anderen zu sehen. Clash. Kamen die die in der Überzeugung nicht? Die Asche, die da reinballert. Was hast du denn? Tiiiihihi. Nein, Gott. Ich hab doch zuerst geschossen. Willst du mich verarschen? Ella kann auch nur auf den Kopf schießen, ey. Eher darf ich mir in Hedgehog gehen, ey. Ist klar, ey. Die Drohne ist aktiviert. 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 Ich lade ein frisches Magazin. Baden vorm Badflur. Scheiße. Hört mich. Komm, Mann! Das gibt's so mal nicht, ey. Okay. Okay. Ich lade mich. Eigener Druck getötet. Ich lade mich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 5 Sekunden bis zum Einsatz Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters Gab schon Arme Boah, ist die dämlich Ist die Garagentür schon offen? Die Wand? Ich verstehe Wir sitzen aber hier und machen die andere Wand auf Ich warte bis die in dich reinkommen Damit ich hier vor meiner Deckung weg kann Die sind drin Gut, dann hinterher Kamerafrau ist nach oben Jetzt geht sie runter Kameras Geräte werden ausgeschaltet Gut, jetzt kommt er vor, super Tatschanka tot Ach nee, Finka kann sich gar nicht so aufstellen Boah, kein Tod, Finka halt Aktiviere Adrenalinschub Ein Gegner verbleibt Kameras rein, ein Weinkehrer wieder Scheiße ist vor mir Einer vom eigenen Trupp verbleibt Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich Puh Jetzt spricht keine Aber Der Bio-Gefahrgut Der Bio-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Der Bio-Gefahrgut Dann war hier noch den Bereich markiert. Noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Bio-Gefahrgut-Gehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Oh, okay. Oh, okay. Ach, komm, Mann. Ey, das gibt's doch wieder nicht. Junker haben sie noch. Ein verbleibender Operator vermeint. Keine Drone mehr. Wenn du nicht. Dann gehen wir auf. Hier kommen die Zonen. Das war's für heute. 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 Noch einer da, Hockey. Ist da meine Garage? Ich komm mal rüber, gerobbt. Ich bin bloß durch. Den Bio-Gefahrgut-Behälter beschützen. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Der Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Ein Kämpfer des Eintritts verbleibt. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Warum bist du denn überhaupt bei mir? Achso. Ich wollte einen Geilang wieder rum. Der Druck neutralisiert. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Lande nass! Wand verstärkt! ¿Tregner von der Sicherung des Behälters abhalten? Sie versuchen, die Führung des Angriffs aufzuhören. Sehr gut, komm ins Mata ein! Wir kommen noch da weg. Wir kommen ins Mata aus. Hier stehe ich. Oh, echt kommt die Tappe hoch. Okay. Ash ist tot. Von einem großen Fenster ist keine. Das ist mit was anderem. Ups. Ist keiner mehr, Hockey? Doch, dann. Wir haben gerade Schüsse, ja. Wir kommen jetzt. Wir kommen jetzt noch in die Gäste. Wir kommen nach vorne. Wir kommen nach vorne. Ich bin schon mal nach vorne. Wir kommen nach vorne. Wir kommen nach vorne. Kommt aus! Wir kommen nach vorne. Du bist in der Zukunft. Ja genau, ist klar, wieder Kopfschuss. Ohne fährt rein. Okay. Kommt vom Schlafzimmer aus, hinten vom Klavier. Jetzt vorm Schild. Rechts. Kräme aufgestellt. Na ja, wo wir gegen uns reinkommen. Der hat ja so ein guter Schild. Die Gegner haben den Bio gefahren. Die Gegner haben den Bio gefahren. Sie haben ihre Versuche, die sich dann eingestellt. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Die Gegner haben den Bach. Die Gegner haben den Bio. Greinhalb. óle Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Mein Keller sauber. Oben, irgendwo Franzosen haben sie. In dem Schlafzimmer haben sie. Melusi haben sie. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgutbehälters. Was macht die denn jetzt schon auf? Aus Langeweile. Bei der Garage, irgendwo bei der Autogarage. Was macht die denn jetzt schon? magazin wechsel jäger haben sie noch hatten so eine willkommensmatte haben sie auch toll da kommt dann noch zu dir kam zu dir auch sehe ich niemanden bei mir in der bibliothek das bein nervt versuch mal im geht zu helfen drittel kreis dankeschön letzter verbleibender gegner fern wir da drunter mal vor vor dem fenster ist keine matte hocke bei dem gang klavier ist aber auch sauber im büro ist er nicht ja guck nicht so viel kamera sind zu dritt da kann man ja gucken ja aber ich bin da vorne alleine gewesen was willst du denn da jetzt so lange machen ja zu dritt nur noch einer vom eigenen trupp links die tür links die tür in die u gefahrgut behälter sichern ach du mein schild saß ja wo ist ein mge gegner neutralisiert eigener druck erfolgreich ich muss dazu geben ich war zuletzt ganz schön aufmerksam mit den kapkamin und willkommensmatten aber irgendwann schlägt sowas halt wieder zu weil man halt nicht an alles denkt ich glaube die letzte kapkamin war weil wir schnell nach vorne mussten da habe ich die einfach mal so mitgenommen das ist noch gar nicht lange her ein zwei wochen aber die nächste zugangssperre oder willkommensmatte wird kommen und bis zum nächsten mal macht's gut und tschüss tschüss